Wir schauen jetzt bei den Top-Törschützen an bei der TSG 1899-Koppenheim. Dann gucken wir mal, ob wir top 10. Ich bin die Siege und so liegt da vorne mit mittlerweile Kiel mit Tore. Vor der Erzahle-Hopper springt 6, weder Wiesch mit 5 Tore. Da wurde er ganz unsicher sein. Das ist der Ibise-Wiesch-Hopper. Ja, der Wiesch-Hopper. Zweimal mal mit Wiesch-Hopper, jeweils ein Tor. Rudi, Kamakons und David Alaba. Machen wir gleich weiter mit dem heutigen Spieltag. Der Fußball-Bundesliga, der hat ja gestern Abend schon begonnen. Hut ab vor dieser Nürnberger Mannschaft. Viele Siege hintereinander. Gestern haben Sie zuhause die Frankfurt-Eintracht 3 zu 0 weggehauen. Nürnberg-Stand-Bundberg. Heute lang, außer Osternspiel gegen Köln, Dortmund, St. Pauli. Hamburg gegen Leiter-Bremes, Gautier-Wiesch-Hopper. Freiburg am globalischen Freiburg in Wolfsburg. Hannover 96 gegen den ersten Sektal das Lauter. Und um 18 Uhr weiß ich dann noch Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Morgen war vier. Bayer-Leber-Gruppen-Torff in Stuttgart. und um 18 Uhr war dann Borussia-Rönchengladbach. Da geht es auch schon noch alles gegen Schalke 04. Unsere U23 spielt bei der ESG Sonnenhof große Aspa am 26.02 Uhr in U19. Wie gesagt, morgen früh um den Hauptstadion in der EU-Wiesch-Hopper. Mit dem Ausgleich mit dem Ausgleich mit dem Ausgleich mit dem Grünfort. 1 für 2. So schinten neben dem Lapa und neben dem Platten. Das funktioniert ja in der Jugend-Kursitzszene, ich bitte Ihnen die Magdor-Teilkammler, dann kommt es in den März, die Medien...